Und jeder bleibt dann einfach bei einem und wer Hilfe braucht, der ruft dann einfach, aber ansonsten eigentlich, ich würde sagen, zwei nehmen Ammo und zwei nehmen, Dings, Sven, du weißt schon, dass ich das lesen kann, du Penner. Bei mir nimmst du immer noch Kyle, äh, ja, jetzt geht's los. Was, bei dir nehme ich Kyle? Ja, das dauert ein bisschen, anfangen. Hört ihr zufälligerweise den Fernseher im Hintergrund, sonst muss ich meine Türbein zumachen. Nö, ich höre kein Fernseher. Nö, ich höre auch kein Fernseher. Alles gut. Okay, ich würde sagen, die erste Wache, die uns über den Weg läuft, wird getötet. Dann kommt das gleich hinterher. Das ist meine Rede. Ja, bisschen schleich, duckt euch, duckt euch und versucht, die Wachen zu vermeiden. Oh, ich hab jetzt schon gestorfen. Oh. Ich schieb dreimal den vorbei und der merkt mich und der treffe ich ihn so ganz leicht am Bein und der springt sofort hin. Nein, ich bin leider in die roten Markierungen gerannt. Das war unabhängig. Nur weil die sind ein bisschen unauffällig da waren, oder wie? Das war unabhängig. Das war unabhängig. Also, ich habe mich gesehen. Also, ich bin gleich, habe ich erst mal mein Terminal. Will mich verarschen. Bei mir sind die ganzen Sachen aufgefreut. Oh. Und jetzt soll jeder da bleiben, wo er ist. Also, ich würde sagen... Ja, und das Terminal, als aufpassen, weil das Heck auch nicht... Ja, weil das verkackt öfter mal. Da muss das neu starten. Ach so, okay. Ich würde sagen, aber, wenn die Sportinheiten kommen, trifft mich in den 22. Stock. Da ist ein Helikopter, ich sehe ihn. Die Sportinheiten kommen schon jetzt gleich, ne? Schwam, komm, bis zum Zugang zum Dach. Hm? Du bist beim Zugang zum Dach, steht hier. Ja, das ist Zugang zum Dach. Ach so. Das ist hinten bei meinem Schaltkasten. Okay, mein Terminal ist stehen geblieben. Da musst du mit F einfach neu. Also, auch wieder zu dem Ding hin gehen und neu einschalten. Okay, sie sind im Aufzugsschacht. 22. Etage. Witz, mir Kameras. Ich habe schon vier zerstört, vier Kameras. Ich eine, glaube ich. Und ich sehe die nicht mal. Ja, da ist eine. Das dauert schon lange, die Gegner zu rebooten. Ach so, das ist mein, zu rebooten. Oh, warte, komm, du fahrt. Kommst du denn her. Ich finde, dass wir sie in der Schock ganz voll aufkunftsgebend sind. Einfach nur ein Weißquadrat. Ja, geil. Okay, hinter dir war einer gewesen. Dankeschön, da hast du für mich erschossen, gell? Ja, natürlich habe ich den erschossen. Beim Aufzug im 2.20 Stock. Ja. Du brauchst Geiseln. Special to beLift mit F. Ja, ich finde es ist besser, wenn man Geiseln hat. Ist wirklich so. Ja. Oh, ja, stimmt. Da sind auch viele verkackend. Also oben, ganz oben, also einige Tage von dem Dach ist ja so eine Party, da sind einige. Oder die planen da eine Party. Nein, da steht doch auf der Party. Ey, guck mal raus. Guck mal aus dem Fenster, da planen flache Autos mit Licht auf den Straßen. Moment. Die sind ganz platt. Was? Wir gucken, da hinten ist das Fenster. Auf die Straße. Stimmt. Platt Autos mit Licht auf. Wie geil ist das denn? Stimmt, ohne Schaf. Das sieht richtig geil aus. Sie sieht irgendwie richtig billig aus. Ja. Ja, es ist auch nur um das Gebäude halt. Au, au, au. Sword-Einheiten, hier, 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 hinten. Oh, ich bin bei dir. In der Verwaltung. Okay. Leute, soll ich das Fenster ein bisschen securen, dass nichts von hinten kommt? Ja, ich muss mal nach meinem Terminal. Hacking, Dingsbums. Okay, noch. Okay, manche gehen noch. 80 Sekunden. Da hinten Spack, eins. Also meinst du still? Ja, das ist meinst du, ich rennen, glaube ich. Ich glaube, bei dir. Gut gemacht, Kenny. Sturmangriff. Ja, die kommen bei mir rein. Hey, Leute, wenn wir so weit kommen, dass wir die Diamantenklaut haben, die gerecht aufnehmen. Die gehen alle an mich. Nee. Nee. Ja, hier, 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 ich hab welche. Ja, ich hab den Ding. Der wäre doch eigentlich der Schnellere. Nee? Nein, wir lassen mal gerecht aufteilen. Ja, ich finde, das auch besser. Ich bin fertig. Ich bin fertig, ich bin auch fertig. Meiner ist stehen geblieben. Dann bringen ihn zum Laufen. Bin ich grad bei. 60 Sekunden. Oh, hier ist, hier ist Qualm, Alter. Scheiße, 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 scheiße. Also ich stehe hier am Claystar. Ich stehe hier ein bisschen bestimmt. Komm rüber zu dir. Komm mal hier in die Kantine. Ja, wir sind fertig. Ich bin fertig, noch 15 Sekunden. Oh, was? Wer hat eigentlich alles Medizintaschen dabei? Ich hab mich ja beide Medizintaschen. Wir haben zwei Medizintaschen. Wir haben zwei Medizintaschen und zwei Emo. Wir haben zwei kilos. Ich kann mich verordnet. Ich kann mich nur auf die mimischv 하고. Ich bin anges ashes. Ich hab's keinen Bock mehr grappig Dann hörst du gleich mit meinemwiąte und templates Und змif' den Boden jammer ο Спa閆 umsät Somein Ich bin 정확her werden und er wird er da war er hat die Kurs an eingegeben bleiben wenn es ein Wendel und Kurs oder Ereignisse auch keine Konzentrationen mehr ich bin schon wieder dauer die Begründung ab und wurde ich hole dich ich muss dich gut sichern ja, du hast doch die Typen mit den schönen Augen, die ich K.O. schlagen, Orgi Boah, ich bin auch down Scheiße, 10, 9, 8 6, 5, 4 3, 2, 1 Oh, in letzter Sekunde Schieß, was du kannst, ich helfe dich nicht umsonst Ok Wenig Munition, Scheiße Ich renne mal kurz weg, gleich schnell Stell es gleich auf Ja, stell mal hier drauf Scheiße Komm mal her ins Treppenhaus, da ist eine Meditasche für dich Ok, ich sehs Ah, ich bin schon wieder down Ja, ich hol dich, ich bin mal um die Ecke Gut, dann hol du ihn, ich helfe dir halt Wo ist die Meditasche, ich brauche die ganze Ruhe, ich hab keine Munition mehr Ich liege jetzt bei mir, warte ich kann die K.O. schiff Es lauf Ich muss die Tasche da drüben Ich muss die Tasche da drüben Einfach nur weg hier Hä, Mann Wir brauchen den Typen Ja Braucht die, braucht die Munition Nee, noch nicht Doch ich Obwohl, ja 36 Schuss hab ich noch Ja, okay Ich hab noch was gepufft für dich Geht noch Also ich bin schon mal auf dem Dach im Studio hier ein bisschen, ne Ja Wir sind grad alle auf dem Dach Und der TFO, Mann Ah, ich weiß wo der TFO ist Wo? Wo müssen wir eigentlich hin jetzt? Ich check das gar nicht Bei der Party müsste der sein Ich will das voll geil, die Scheiben zu zerschießen Ja, ne Irgendwie hat das was Ja, ich bin hinter dir, Kenny Ah, ich hab ihn gefunden, ne Ah, ja, ich hab ihn Ich weh auch Ich hab ihn, ich weh auch Ich hab ihn, ich weh auch Ich hab ihn, ich weh auch Was? Oh Gott Ich kommst nicht auf den leider Ah, ich hab auch gesehen, meine Munitionstasche aufgestellt hier Wo denn? In den Scheinraum Ja, das ist gut In dem Raum, da ich weh, wo die ist Welche Munitionstasche Ach, dann müssen wir gleich den Sohn holen, oh Ja, aber der ist ja auf dem Dach irgendwo Der geschickt auch nicht Der stolpert Ja, das ist voll geil Hallo Man kann ihn schlagen Kann man? Ja, aber der stirbt nicht, der stolpert nur So, ich komm auch aufs Dach Ja, komm mal hoch, weil du bist auch fast tot Stimmt Ha, irgendwo hört man voll die Geräusche von Im In-Game-Zone Hm Boah, hier kommen sie Na ja gut, das war ja Taser Taser da Allein wie die Taser fast gefährlicher sind, als die normalen Bullen Auf, komm mal bitte auf die andere Seite Genau, einfach auf die andere Seite, weil da sind auch Boah, wie viele Was? Da sind voll viele Oh ja, bei mir auch Boah, ich sollte mal ein bisschen mehr darauf achten, ob bei mir Nachladen steht Oh, Alter Alter, ich war grad down und dann bin ich ein Level abgestiegen So dass ich direkt weiterspielen konnte Doch, gut, aber ich hab noch eine Medi-Tasche, falls jemand braucht Ne, noch nicht Wir haben eine Munitions-Tasche Ja, ich hab noch eine Der hat mit noch nicht gebraucht, oder? Ne, eigentlich Boah, hier drüben, auf deiner Seite, auf deiner Seite sind Wahnsinnig viele Alter, naja gut, äh, warte 6, 7, 8, 9 Stück ungefähr Ich seh's Ich seh's Bist da Und ich räum hier grad nicht auf Und ich räum hier grad nicht auf Geht hin und prügelt sich alle nieder, ey Ich muss noch 12 Leute mit der Rappe töten Ey! Wie der eigentlich fast geglischt hat ihn Ich krieg fast ein Level ab Ach, ihr seid hier hinten Vielleicht sollten wir jetzt mal mehr auf Was, ich komm zu Ohgi, ich hol dich! Nein, ich bin da! Ich bin schon da! Ah, jetzt! Holen, Alter! Orgelin hier, du bist mein! Nein! Dankeschön! Gute kloppen uns schon im Orgi! Ja, wir sollten... Was müssen wir denn jetzt machen? Warte auf... Warte auf Bane! Ja, der Typ verhandelt, der... Ja, der soll mal hinbekommen Das ist unser Kollege Der, der hinterm Büro... im Büro hockt Und mit dem ganzen Scheiß Die Krips organisiert und so Wegen dem machen die hier das alles Ach so! Ja, der sind doch... Nein, Tayser, ich hab's... ich hab's gewusst, weißt du? Ah! Danke! Wegen dem Scheiß... Ich brauch die hier, Tasche Wir müssen den... Ja, ich stell mal auf die Krise... Wir müssen den... Wir müssen den... Lohn suchen gleich Chris, da ist ne Medikasche Ja, hier ist ne Medikasche für dich Ich soll ich dir noch ne... Munitionstasche tun? Ach... Ich brauch nix... Weil ich hab kein Bedarf an Munition... Lass doch eher... Lass doch lieber runterrennen zu der anderen Tasche Du brauchst du das jetzt nicht... Noch nicht verschwenden Boah, Alter... Warte, ich lass mich nieder... Lass den mal am Leben... Lass mich extra niederstehen Mal, wenn ich fast nur Leben hab, sicher Boah, wie lange ich auf ihn eintrügeln muss? Bis er endlich stirbt Boah, jetzt könnt ihr mich wieder beleben Okay Dann hab ich wieder fast volles Leben Immerhin, ich muss dann ne Guzzi... Schöner Klick zu machen Ich muss dann ne Guzzi... Schöner Klick zu machen